Diesen Urlaub hat sich FPÖ-Politiker Norbert Hofer wohl anders vorgestellt. Der dritte Nationalratspräsident postete am Donnerstag ein Foto, das ihn mit einem dicken Gips zeigt. Urlaub mal anders, das Personal ist sehr nett, in der Unfallambulanz, schreibt Hofer dazu. Der Freiheitliche hat sich beim Sprung in den Pool den Fuß zwischen Leiter und Beckenrand eingeklemmt. Dabei wird fast die große Zehe abgetrennt, sogar eine Amputation ist im Raum gestanden. Mittlerweile können die Ärzte aber Entwarnung geben. Hofer befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der ehemalige FPÖ-Chef hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2003 erleidet Hofer bei einem Paragliderunfall eine schwere Wirbelsäulenverletzung. 2020 spricht der Politiker offen über Herzprobleme.